hallo voll und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge ls70 altmülle hofe so wir haben das letzte mal hier noch den raps abgekippt ich fahre jetzt zurück zum drescher dann haben wir umgesetzt an weizen der gerste und dann stellen wir den kipper da ab und dann fahren wir die dinger streie holen dann können wir drüber das feld schon mal dinge dann können wir doch später dann die semmaschinen schon mal draufsetzen ok warum ist der jetzt so schlimm wollen wir später noch der ist voll ok den grad abtanke und dann holen wir den streifwunder noch nach ja weizen ist es ja läuft so ist das wir haben hier schon ein paar presse ein paar Bälle presse müssen wir uns noch mieten dann kann die Helfer jetzt weitermachen das Gewicht ist ziemlich weit vorne, normalerweise soll man den jetzt nicht so abstellen auf die Stütze, aber dann kann es passieren, dass die Stütze sich wegknicken aber in dem Spiel ist alles so robust gebaut, da passiert nichts so, jetzt haben wir mal den Dingerstrahl wo kann man da rausfahren jawoll da hat schon gar keiner geholt, ne Dingerstrahl, und zwar wollte ich den Kunden mal holen, den wollte ich mal testen kaufen, ne, mieten den wollte ich nicht mal testen den wollte ich nicht mal testen ich sollte eigentlich packen dann lösch dir ja, passt doch, wunderbar so, der ist leer, dann fahren wir jetzt mal gucken ich glaub gibt's am Gardesender, gibt's den wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab wie gesagt, mit dem Patch da lassen wir uns jetzt nicht runterkriegen warten wir jetzt erstmal ab und dann geht das auch wieder weiter äh, ne warte äh, das ist So gut? Ich muss mal gucken, wo hatten wir den Litzimmer. Was war das hier gewesen? Was war das? 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 Wo kriegen wir jetzt nicht mehr her? Irgendwo gibt es nicht mehr. Wo muss es gäbe? So, eine Reihe, Herr Grasius, ich bin wieder angeschnitten. Lukas. Jetzt. Ah, das ist Sägewerk, ja. Okay, da müssen wir jetzt gerade mal, müssen wir uns jetzt mal bei einer anderen Seite helfen, und zwar müssen wir dann, ähm, ich glaube, auf dem Hof habe ich auch nichts gesehen. Okay, das ist ein China-Hall. Das ist für Saatgut. Okay, da ist auch nichts drin. Da gibt's auch nichts. Nee. Ah, da ist jetzt eine Rampe. Ist auch gut gemacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, da müssen wir uns Big Packs kaufen, Freunde. Dann kommen wir doch nicht drumherum. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts. Da ist auch alles leer. Das sind ja die Spanien, ja. Okay, gut. Einmal Palettenkauf. Äh, Paletten. Wir brauchen Saatgut, Mineraldinger, Flüssigdinger. Mineraldinger brauchen wir. Oh, nee. Was? Jetzt mal die Standarddinger der Hulle. 1000. Oh. Dann brauchen wir vom Frontlader brauchen wir nämlich noch eine Palettenkabel. So. Noch einmal zurückfahren. Zum Glück sind sie noch ein paar Meter. Ja. Ja, dann trägst du das auch fertig. Sehr schön. So, dann schmeißen wir gerade mal die Palettenkabel dran. Wenn wir den Kabel voll machen. Ich bin ein paar Meter. Genau. So. So, dann wäre es. Ich bin ein paar Meter. So, dann hommierst du nicht auf die Palettenkabel drauf. So, dann schищen wir mal. Ich bin ein paar Meter. Ich bin ein paar Meter. Ich bin ein paar Meter. So, dann kommen wir den Kabel und blühen. Da ist nicht ganz war. Und das ist ein paar Meter. Dann dann klatschen wir viel. In der Kabel gibt nicht. Was ist nicht so ein paar Meter. Ich bin ein paar Meter. Ich bin ein paar Meter. Und das ist Ihnen bekanntlich. So, es läuft schon mal. Einer. Oh, oh, oh. Was das wieder kostet. Eieiei, die ganze Auswand. Ja, man sollte voll oder auch runterlassen, ne? Und demnächst wieder bestimmte Rechnung. Perfekt. So, lassen wir den Garten noch stehen. Die Gabel können wir eigentlich dran lassen. Oh, die können wir eigentlich hier stehen lassen. Falls man mal was braucht, dann ist die Gabel nämlich da. So, nehmen wir jetzt gerade noch schnell den Rest abklange und dann fahren wir das direkt fort. So, da haben wir jetzt hier los, haben wir eigentlich schon was drin. Ja, da haben wir schon ein bisschen was drin. Dann kommen wir das direkt weg. Mal ein bisschen Geld auf dem Konto. Dann brauchen wir irgendwann noch ein Missstreuer. Also, P will ich mal holen. Müssen wir auch noch holen. Boah, schade, dass das jetzt mit dem Coincheeper dann nicht mehr funktioniert zu dem Patch. Ah, da haben wir noch ein bisschen stehen. Wie geht's dran? Ah, das ist hier. So, ohne noch Schickstelle, ohne noch das bisschen und dann haben wir es ja schon. So, ohne noch. Also wie gesagt, wenn man jetzt auf der Bergmann wäre, die das noch mehr rügelte, so sind es jetzt noch mehr stöller, aber nicht so klein. Das werden wir so machen. So, das wird es dann, jawohl, das haben wir, das haben wir, jawohl, schön. Alles paletti. Nespresso. Ja, die Zeit geht rum, Wahnsinn. Ich meine, ich möchte nicht zu sehen, wie ich hier bin. Das war, woran wir sind. Ich muss das nab!? Der diferencia, zum Beispiel... Typisch. Justice, die ich dwell compete꾸 societalyse. P I me ... Da muss ich mir noch zuglappen. Ich gucke mir gerade noch, was das Feld kostet. Mich interessiert das hier. Ich glaube das war nicht zu teuer. Ah nein, der fährt näher. So jetzt keine Vole hier. So Freunde, das war's damit für heute. So würde euch mal ein kleines bisschen Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns morgen noch. Ein alter Frische. Ich fahr den jetzt gerade noch auf den Hof. Mach den noch ein bisschen sauber. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge noch. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Danke für die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Alle Hopp bis dahin. Tschüss.